Musik Auch heute begrüßen wir dich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Weihnachten steht vor der Tür. Jesus ist gekommen und hat uns seinen Frieden versprochen. In diesem Frieden zu leben ist etwas ganz Besonderes. Und wir wünschen dir ein friedvolles Weihnachtsfest. Ja, auch an Weihnachten braucht man Hoffnung und deshalb Hoffnung um 12. Heute für dich, Ankunft des Königs. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich auf gebet.admissionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, Ankunft des Königs. Wir lesen deine Offenbarung 1, Vers 4. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und das ist das Wunderbare. Er war, er ist gekommen auf diese Erde. Er ist als Kind gekommen. Gott sei Dank nicht Kind geblieben, sondern ist erwachsen geworden. Er hat für uns am Kreuz den Sieg errungen und wir dürfen wirklich uns zu ihm wenden und die Rettung, Errettung erfahren. Nicht von dem kleinen Kind, sondern von dem, der Kind war und jetzt unser Erlöser ist. Er war, aber er ist für dich heute. Er ist für dich heute da, gerade an Weihnachten. Und gerade wenn du vielleicht einsam bist, er ist da und der da kommt. Er will ewig mit uns sein. Und das ist auch die Botschaft von Weihnachten. Er kam nicht nur, um irgendwo Gott zu spielen oder dass wir uns ihm unterwerfen müssen. Nein, er kam, damit wir ewig mit ihm zusammen sein können. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Danke, Herr, dass du gekommen bist. Dass wir eine Zukunft haben und nicht nur eine Zukunft bis zu unserem irdischen Tod, sondern eine Zukunft bis in alle Ewigkeit. Ewigkeit, Ewigkeit, Ewigkeit. Und ich danke dir dafür, dass wir die Liebe auch jetzt über Weihnachten verspüren dürfen und, Herr, deine Nähe verspüren dürfen und dass du uns diese Perspektive gegeben hast. Amen. Amen. Wir möchten für Menschen beten, weil wir wissen, dass Gott Gebet erhört. Und eine Frau schreibt ein Gebetsanliegen wegen Gleichgewichtsstörungen. Sie schreibt, vor eineinhalb Jahren wurde ich am Knie operiert. Seitdem habe ich starke Gleichgewichtsstörungen und dadurch falle ich öfter. Vor ein paar Tagen bin ich wiedergefallen und dabei habe ich mir den rechten Arm vom Halswirbel und Schulter geprellt. Das schmerzt sehr stark. Danke für das Gebet. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Gleichgewichtsstörungen wieder in die richtige Richtung bringen kannst, in deine göttliche Schöpfungsordnung, so wie du es geschaffen hast. Und ich danke dir, dass diese Gleichgewichtsstörungen aufhören, dass da wirklich eine Normalität hineinkommt. Und auch die Folgen von diesem Sturz, Jesus, legen wir dir hin. Ich danke dir, dass die Schmerzen aufhören und dass diese Schulter und dieser Arm wieder in Ordnung kommen, dass diese Schmerzen verschwinden durch das Blut Jesu. Und ich danke dir, Jesus, dass sie vollkommen heil ist von diesem Sturz und von all dem, was sie plagt und was sie so geschrieben hat. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt von ihren Schmerzen und bittet um Gebet. Ich habe einen schweren Schub von Fibromyalgie in meinem linken Nacken- und Brustwirbelbereich, sodass ich mich vor Schmerzen kaum bewegen kann. Leider hat sich auf der rechten Seite auch die Lendenwirbelsäule entzündet. Und Jesus, du weißt auch um diese Krankheit, die so schmerzhaft ist. Und ich danke dir, dass du da eingreifst, dass du diese Muskeln und diese Sehnen und alles, was damit zusammenhängt, wieder in die richtige Ordnung bringst und dass jeder Schmerz verschwindet. Danke, Jesus, für deine Heilungskraft. Und wir wissen, dass du Gebet erhörst und wir sprechen Gesundheit aus über diese Person. Und ich danke dir, dass du sie vollkommen wiederherstellst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und Gott ist auch ein Gott, der Süchte wegnimmt. Eine Frau schreibt uns Folgendes. Liebe Geschwister, bitte betet für mich zum Durchhalten. Ich versuche gerade, schrittweise den Alkohol zu entziehen. Ich danke euch. Danke, Herr, Herr, für diesen Wunsch, Herr, frei zu werden von Alkoholsucht. Ich danke dir dafür, Herr, dass das bei dir vollen Anklang findet, Herr. Herr, ich danke dir dafür. Und danke, Herr, lass auch diese Person wunderbar dich erfahren. Wir gebieten auch jedem Sucht, dass sie weicht in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, dass das ganze Verlangen nach Alkohol weggeht, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, das, was eigentlich nicht möglich ist, ist bei dir möglich, Herr. Ich danke dir dafür. Herr, auch da für ein Wunder. Amen. Amen. Und eine Bitte um Gebet für eine Mutter ist Folgendes. Liebes Gebetsteam, ich bitte um Gebet für meine Mutter. Sie hat Halsschmerzen und einen sehr hartnäckigen Husten. Sie fühlt sich auch allgemein unwohl und ist dadurch psychisch sehr belastet. Bitte betet für sie, damit sie sich wieder richtig wohl fühlt und vollständig geheilt wird. Vielen Dank. Danke, Herr, dass du jetzt auch ein Herr bist, dieser Mutter. Und Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass den Wunsch und die Bitte zum Gebet von den Kindern, Herr, du wirklich auch hörst und erhörst. Herr, danke, Herr, dass die ganzen Kettenreaktionen nicht mehr stattfinden, Herr, sondern dass sie froh und munter ist, weil sie heil ist. Wir rufen Heilung in den Körper dieser Mutter hinein. Herr, Heilung, die du für uns am Kreuz gewirkt hast. Herr, lass sie wirken in dieser Frau. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Gott erhört Gebet. Und es ist wunderbar, was wir immer wieder erfahren, was Gott getan hat. Und ein Mann schreibt uns von Schmerzen, die verschwunden sind. Herzlichen Dank für die Hilfe durch euer Gebet für mich. Zahnschmerzen, Ohrenschmerzen, Husten und Schnupfen sind weg. Die Schmerzen in den Beinen sind weg. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, das ist eine Rundum-Erneuerung. Und Gott hilft in allen Belangen, wie dieses Zeugnis zeigt. Ich bat euch um Gebetsunterstützung wegen meines Autokaufes. Das war sehr schwierig für mich. Gott hat wunderbar eingegriffen und jetzt habe ich ein schönes Auto. Das alte konnte ich dem Händler geben. Im vergangenen Jahr hatte ich starke Beschwerden wegen Endometriose, Unterleibsbeschwerden. Nach eurem Gebet sind sie langsam weggegangen. Heute habe ich diesbezüglich keine Schmerzen mehr. Vielen Dank. Und Gott hat einen Plan für uns, schreibt diese Frau. Ihre Briefe geben Kraft und bringen mich zum Nachdenken. Gott verspricht, mit uns zu sein. Ja, ich durfte dies erfahren. Durch seinen Schubs bewahre ich mich auf eine neue Arbeitsstelle. Und voll Vertrauen darf ich diese bald antreten. Gott hat einen Plan für uns. Darauf zu vertrauen, gibt mir Kraft. Ja, und lege auch deine, deinen Weg in Gottes Hand. Er hat einen Plan für dein Leben. Und ein Mann schreibt, ich bin glücklich und teilt uns Folgendes mit. Danke, liebes Missionsteam. Alle meine körperlichen Beschwerden sind geheilt. Ich bin glücklich. Danke. Wie wunderbar. Ja, das ist eigentlich die beste Aussage. Alles ist okay. Wenn du das sagen kannst und du wünschst es dir, dass du das sagen kannst. Hast du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne anderen mitteilen. Der König, der da ist, der König ist und er ist dir nahe. Und du sagst, ich spüre nicht. Ich sage dir, öffne dich. Öffne dich für den König. Der da ist, der war. Mit dem war kannst du nicht arg viel anfangen. Mit dem war kannst du das anfangen, dass er für dich den Sieg errungen hat. Aber er ist da. Es ist nicht Geschichte. Er ist da für dich und wird es auch bleiben. Und wie wunderbar ist das. Ja, und vertraue deine Anliegen Gott an. Und wir helfen dir dabei. Wir beten gerne für dich. Schick uns dein Gebetsanliegen. Heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Und wenn du nicht unser Magazin bekommst. Mit dem Magazin haben wir diesen Weihnachtsleitfaden verschickt. Wenn du es noch nicht hast, kannst du einen kostenlos bei uns bestellen. Du siehst die Verbindungsdaten auf der folgenden Tafel, die du siehst. Und wir wünschen dir von Herzen eine wunderbare und schöne Weihnachtszeit. Gesegnete Festtage und alles Gute. Ja, das wünsche ich auch. Alles, alles Gute. Viel Segen wünsche ich dir. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.